Hallo zusammen, in Diablo Immortal gibt es insgesamt 6 verschiedene Klassen. In diesem Video möchte ich euch meine Bestenliste vorstellen, von Platz 6 bis Platz 1. Das Ganze kennt man auch als Tierliste. Ich werde auch kurz auf jede Klasse eingehen. Ich weiß, dass sich viele von euch eine genaue Erklärung wünschen, warum zum Beispiel eine Klasse besser oder die andere schlechter platziert ist. Zu jeder Klasse möchte ich jedoch auch ein ausführliches Video erstellen und ich denke, dann wird auch klar, warum ich genau diese Platzierung gewählt habe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ein Abo dalassen und diese Glocke anmachen und dann werdet ihr auch über die Videos informiert und verpasst keins dieser Videos. Fangen wir mit Platz Nummer 6 an. Und Platz Nummer 6 ist der Zauberer oder auch die Zauberin in Gruppendungeon und im PvP hat der Zauberer seine Schwierigkeiten. Einfacher ist es für ihn im Solo-Game. Ebenso ist er nicht sehr anfängerfreundlich, da man im Fernkampf einfach ein wenig Übung benötigt. Auf Platz Nummer 5 ist der Mönch. Der Mönch ist ein guter Teamplayer. Bei Einzelzielen, zum Beispiel Bossen, ist er aber weniger geeignet. In Solo-Game hat es der Mönch ein wenig schwerer als andere Klassen. Auch im PvP schneidet er nur mittelmäßig ab. Den vierten Platz belegt der Totenbeschwörer. Als Totenbeschwörer hat man jede Menge Begleiter, die einen im Kampf unterstützen. Gegen einzelne und mehrere Ziele ist der Totenbeschwörer recht gut, sowohl im PvP als auch im PvE. Der Totenbeschwörer ist für Anfänger sehr angenehm zu spielen. Den sehr guten dritten Platz belegt der Barbar. Der Barbar ist im Solo-Game als auch im PvP sehr, sehr stark und ist für Anfänger recht gut zu spielen. Nur bei einzelnen Gegnern tut er sich etwas schwerer als gegen Gruppen von Monstern. Und die Silbermedaille geht an den Dämonenjäger. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich hier nicht Dämonenjägerin und Barbarin sage oder Zauberin. Das war ich einfach nur der Einfachheit halber. Gender ich nicht alle Klassen, aber es ist ganz klar, alle Klassen gibt es auch in weiblicher Form. Man kann mit dem Dämonenjäger sehr gut Solo als auch in Gruppendungeons spielen. Deswegen ist er auch auf Platz 2. Der Dämonenjäger hat viel Schaden auf einzelne Ziele. Und seine größte Schwäche ist eigentlich nur das PvP-Game. Und auf Platz 1, der Winner ist ganz klar, es bleibt noch einer übrig. Und zwar der Kreuzritter. Der Kreuzritter hat einen mächtigen Begleiter und das ist sein Pferd. Vom Pferd aus kann er Monster zusammenziehen, stunnen, verprügeln. Der Kreuzritter kommt Solo in Gruppen, aber auch in PvP sehr gut klar und ist auch gut für Anfänger spielbar. Unabhängig von irgendwelchen Bestenlisten oder Tierlisten denke ich, jeder sollte genau das spielen, was ihm am meisten Spaß macht. Bei mir ist es zum Beispiel der Barbar, ihm spiele ich einfach am allerliebsten. Und was ist eure Lieblingsklasse? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Video sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020